Hallo liebe Angelfreude, wir sind gerade bei Angelpark Han und wie ihr das seht, wir haben keine spezielle Bekleidung, zumindest ich. Die Sache ist die, ich kam vor ein paar Minuten Vadim zu mir zur Arbeit, der wusste, dass ich Feierabend habe und wir sollen auf jeden Fall schnell möglichst zum See fahren, die besonderen Blinker testen zu können. Was für eine Blinker? In Ukraine, wir haben einen sehr guten Freund, Gennady Kuzmenko und der mag selber einzigartige und sage vorsichtig, meiner Meinung nach richtig, richtig gute Blinker. Wie die Blinker aussehen, werden wir es natürlich euch zeigen und wir haben noch zwei, drei Stunden hier und wir wollen natürlich schnell möglichst diese Blinker ausprobieren. Nun gehen wir los, versuchen wir. So, wie ihr seht, diese Blinker haben auf das erste Mal richtig gute Farben. Da gibt es nicht nur diese bunt Farben, die Forellen sehr gut mögen. Was mir gerade aufgefallen, gibt es viele sogenannte Natur- oder Insekten-Imitaten, meine ich Farben. Da sind nicht alles ganz normale Käfer und die zum Beispiel, die sehen wir, ja ich weiß nicht wie das heißt, auf jeden Fall, nach sehr guten ähnlichen Insekten, sage vorsichtig. Und wie ihr das sieht und wie ihr das weißt, die Salmoniden, nicht nur Salmoniden, auch andere Fischarten, die fressen viel, was von oben in Wasser kommt. Von Bäumen, von äh, mit dem Wind und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn das ganz ähnlich aussieht, das wird natürlich von Fisch genommen. Äh, ich weiß nicht genau, wie das jetzt bei uns am Forellensee aussehen wird. Wir wollen natürlich das austesten. Und ich will heute nicht mehr bunt Farben, würde wahrscheinlich auch so ausprobieren. Aber ich will natürlich anfangen mit normalen Farben. Was mir sehr gut gefällt, zum Beispiel diese Blinker. Schöne Kombination weiß, braun und grün. Naja. Das ist gut, wenn es sich zusammenkommt. Das ist gut, dass ich nicht mit der Farbe fülle. Ja, das ist gut. Kolei, Hot Fisch. Gut gemacht! Gute gemacht! Ja, da. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Es ist gut. Das ist gut. Da ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich würde das sind. Ja, ich würde mich nicht. Das ist gut. Da ist gut. Ich habe auch Fisch, aber leider auch nur Barsch und was machen? Ich habe auch Biss, das ist Frelia. Komm Kleine. Ich habe auch noch einen. Wir machen noch ein paar Würfe, die Fische heute sind ganz, ganz träge, aber wir haben schon Bisse und Fische, Bisse gehabt und Fische gefangen. Wir merken gerade, dass die Fische wollen extrem leichtere Gewichte. Wir haben ein paar Blinker gefunden, die unter einem Gramm sind und die brauchen extrem leichtere und langsame Führung. Bei dem hat gerade zwei schöne Fische gefangen mit einer Drinke, die nur, ist noch eine. Ja, noch eine. Ja, guck, geht, geht, aber beißt nicht. Weiß nicht, das. Ja, nur 0,6 Gramm hat. Ha, hatter Fisch, ja, Oli, gut. Gerade. Noch ein Angler, noch ein Angler, ja. Lös, genau. Ach, Piatre. Danke, danke. Warum Konvert? Olek! Der Fisch hat einmal gebissen, da dachte ich mir, der sitzt nicht fest. das ist kein glück noch kein glück wieder was macht wir sind keine zwei stunden hier gewesen war schon die fische gefangen wir haben sechs vor allem nein schon langs vor allem gefangen wir wollten heute keine was zu beweisen wir wollen einfach für uns die gute sehr gute blinker von unserer folge die haben die immer bewiesen dass der meister macht richtig richtig gute sachen ich kann danke sagen ich auch